Als Regisseurin brauche ich Kreativität, Einfühlungsvermögen, Zuhörfähigkeit. Ich brauche Liebe zu Detail, aber auch die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen. Ich brauche Risikobereitschaft, Organisationstalent, politische Bewusstsein. Ich möchte Geschichten erzählen, Geschichten aus der Vergangenheit, aber auch für die Zukunft. Ich möchte Menschen berühren. Das alles ist faire Entlohnung wert.